Hallöchen, Hallöchen, meine lieben Horstfreunde. Wir gehen jetzt in die Höhle. Wenn wir da nicht schon drin waren. Aber wo soll hier jetzt die Höhle sein? Seht eher aus, ob die auf dem Berg wäre. Hey, dann gucken wir mal. Das donnert ganz schön. So, wo ist die Höhle? Unten ist keine. Aber wir nähern uns. Kann es sein, dass es hier ist. Ja, das ist hier, aber. Okay, dann gehen wir mal rein. Ich habe keine Fakten an. Ist sehr dunkel. So, das können wir ausmachen. Gucken wir jetzt mal, wie wir hier schönes haben. Wollen wir die kaputt machen? Mal kurz. Schön. Das ist mal mehr. Wo sind wir hier? So, merkwürdig aus hier. Geld? Okay. Was ist das hier schon? Das ist ein Witz, dass es hier schon war. Hier gibt es nicht mehr. Komm, schöne Höhle. Vielleicht muss man da auch schwimmen. Okay, dann hatten wir noch eine Höhle. Nee, also. Da hat der Fall noch ein. Hier oben war noch eine Höhle. Schöner Regen. Da ist noch eine Höhle. Es sind ganz viele Höhlen. Geld. Okay, dann muss man halt ein Stück bestimmt ein bisschen abschlappern. So. Sehr laut mit dem Wetter. Geht jetzt hier unten. Ah, hier geht es tief runter. Ah, hier laufen direkt auf die Höhle zurück. Das ist gut. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, dass das nicht eine ist, da wo wir schon drin waren. Das sieht nicht so aus. Das ist auch wieder Wasser. Was kann ich denn neu machen? Ja, ich habe was Neues gekügt. Irgendwie steht hier nichts. Was für Neues. Hier ist ein Bogen. Oh, was für ein Höhle ist. Okay. So machst du das nicht damit kaputt. Ich habe noch Geld. Nur gerne mit. Okay, der Seile ist immer voll. Ich sage nicht, dass das auch hier schon war. Ja, Schwede. Okay. Sieht aber lecker aus. Ich habe bestimmt ein Fußbad genommen hier. Das ist hier nichts. Doch. Das ist doch blöd. Okay. Dann werden wir weiter suchen. So. Wo war jetzt die nächste? Das ist nicht mehr geworden. Hier oben. Laufen wir ja schon drauf zu. Aber wie komme ich da hoch? Jedenfalls nicht. Ich werde ich runterrutschen. Okay. Der kann so einfach bergsteigen. Was war das? Steinchen. Ich müsste erst mal ganz da oben. Ich würde mich krank lachen, wenn ich dann wieder runterrutsche. Okay. Okay. . Okay. 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 Oh ja, da haben wir da noch. Schwer beladen bin ich auch noch. Solange mir jetzt nicht kalt ist, dann ist es noch in Ordnung. Aber wo soll jetzt hier die Hunde sein? Aber wo? Dann ist er weiter weg, alles klar. Ist das die da? Ist die hier? Okay. Okay, in der Eishöhle. Hattest du auch noch nicht gesehen. Wer hier schön ist. Das ist wieder nix. Oh. Das ist schon ein Affen. Nix was man braucht hier. Da hinten war ich alle. Ich gehe jetzt ein paar Meier durch. Nach einer Höhle. Nach einer Höhle. Ach, da komme ich nicht hoch. Alles klar. Da. Okay. Okay. Werden wir jetzt zum Höhlenforscher hier. Okay. Wir müssen rohlen. Höhlenforscher hier. Okay. Wir sind irgendwo unten. Okay. Wir sind irgendwo unten. Leider noch ein Stück. Aber wir haben keine Energie mehr. Ja. Also jetzt hätten wir jetzt noch die drei Höhlen. Guck mal, dass wir da was finden. Was wir brauchen könnten. Ja. Ich wundere jetzt nur, dass es nicht kalt ist. Scheint es auch ziemlich windig zu sein. Ja. Zu sein, sieht man eher, dass es windig ist. So. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Ja, was ist das denn noch? Ja. Okay. Wenn wir gleich noch Plus zählen, wird es auch Bescheid. Dann passt es da. Schneebel wie wehebte, geil. Wir nähern uns, wir nähern uns. Es ist nur die Frage, ist sie jetzt unten oder hier oben? Ich schätze mal eher, dass hier unten ist. Hier geht es runter. Ich sehe jetzt eigentlich da sein. Kann sein, dass sie hier unten ist? Da muss er denn. So Eishöhlen gepeilen wir ganz gut. Auch wieder nichts. Nicht das, was wir brauchen. Wir haben uns dort gesucht. Was hier? Kommt wir nicht durch. Okay, das war's leider mit dem Eishöhlen. So, was haben wir denn jetzt hier noch in der Nähe? Nur die eine. Aber deswegen ist es kein Schnee. Wir dürften eigentlich im Schnee alle gehabt haben. Aber es gibt irgendwie auch die ganze Karte. Ich habe irgendeine Höhle vergessen. Weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich eine vergessen habe. Oh, das hat weh. Das hat weh. Wir haben da was zu puttern hier, ne? Okay, wo komme ich jetzt hier am besten runter? Wo Schnee ist. So. Okay. - Jetzt sind wir übrigens wieder im warmen Gebiet. Trotzdem doch irgendwie stürmisch hier. So, wo soll die Hülle hier sein? Hier irgendwo sein? Okay, um die Kräfte zu kommen, haben wir ein Problem, wo ist die Hülle? Okay, dann machen wir kurz hier ein Lager. So, man sagt mir nicht, dass wir jetzt hier kein Lager brauchen sind. So ein Witz. Ich hab aber jetzt kaum. So, erstmal ist die Elfen. Gehen wir mal rein. Aber ich sehe gerade die Folge schon da vorbei. Leute, wir sehen das in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Bis dann. Ciao. Ja. Dannyn.